Wie hast du mich gerade genannt? Steig ein. Ey, nein, nicht als Fahrer. Let's go. Let's do this. Liebe dich. Wie? Ey. Du kannst... Liebst du die jetzt oder was? Wow. Wow. Was ist los, Mann? Wir haben jetzt die heftigste Sniper-Position hier. Wow. Ey. Ey, was machst du denn hier, GTA-Kind? Paul Berger. Ey. Ey, schau mal, ich hab ein Remka, Mann. Alles gut bei dir? Ey, nein. Ey, chill, chill, chill. Ich hab keinen Bock auf Stress, Mann. Alles cool. Komm mal, ich hab hier ein Remka. Lass doch ein bisschen die anderen Spieler abfacken. Hast du eingesehen, dass ich besser bin? Hier wird gar nichts eingesehen. Ja, halt. Ey. Schau mal, könnte dein Vater sein. Berück dich mal. Ey, ich fahr. Ich fahr das Auto. Ich fahr das Auto. Ich fahr das Auto. Steig jetzt ein. Alter. Ey. Ey. Ich fahr das Teil. Ich fahr... Jetzt steig ein, Mann. Komm. Okay. Okay, komm. Warte, ich setz mich auf den Beifahrersitz. Okay, schau mal, Digga. Lass doch einfach mal ein paar andere Spieler jetzt abfacken hier mit diesem Remka. Ja, markier mal. Ja, okay. Musst mir ja nicht direkt so... Wir killen die Eier. Ja, Mann. Wir killen die Eier. Genau. Fahr mal dahin, wo ich markiert hab, Alter. Okay, 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 okay. Auto fährt scheiße. Digga, du kannst einfach nicht fahren. Da Feuer ist jemand. Oh, ja, Mann. Den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns, den Paul Berger. Ah. Ey, der hat sogar ein Motorrad. Oh, das wird schwer, dass wir den kriegen. Geil, wir kriegen den. Ha. 18 Mal Werbung. Okay. 18 Mal Werbung. Auf geht's. Hinter ihm her, Mann. Aber ich glaub, den kriegen wir nicht. Fahr lieber zu dem anderen, oder? Ohoho. Der ist zu schnell. Ja, der ist zu schnell. Fahrt ja hin, wo ich markiert hab, Alter. Boah. Schau mal, lass mich mal fahren. Hey, du kannst gar nichts. Lass mich mal fahren, hab ich gesagt. Halt's machen. Ich heb dir grad eine Knarre an den Kopf. Lass mich jetzt fahren. Ist mir egal. Okay. Ey, du bist so frech, ne, für dein Alter. Boah. Guck mal, das passiert, wenn du fährst, Mann. Boah. Du hast es kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht? Du hast es kaputt gemacht. So, lass mich mal fahren. Lass mich mal fahren jetzt. Du hast hier nicht mal einen Führerschein. Kein Wunder, was du hier für einen Scheiß zusammenfährst. Nimm mal ein Auto und ram mich raus. Ja, warte, ich helfe dich kurz. Ja, Mann, korrekt. Oh. Yeah. Okay, okay. Ich glaub, ich häng immer noch. Nein. Ja. Oh, nein, warte, ich hab's, ich hab's. Komm. Ja. Warte. Ja, ich muss doch hier erstmal rausfahren. Brück dich. Ja, ja. Wie hast du mich grad genannt? Ah. Steig ein. Ey, nein, nicht als Fahrer. Oh, du Kleiner. So, steig aus. Du fährst jetzt nicht mehr. So. Jetzt machen wir ein bisschen Action, Mann. Okay, okay. Halt jetzt fahren. Was? Halt jetzt fahren. Ja, sagt der Dreijährige hier. Okay. Aber da oben ist doch niemand. Ja, grad eben war aber jemand hier. Schau mal, wir gucken jetzt mal, wo die andere... Ah, der fährt jetzt hier bei dem Motorrad. Ja, ja. Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Er wird uns killen. Ja. Ey, guck mal, da ist doch einmal... Oh, nein, warte, das ist nur das Fahrzeug. Oh, mein Gott. Hey, du bist so wach. Fuck. Yeah. Da vorne. Oh, schau mal, da vorne sind direkt zwei, drei Leute. Die schnappen wir uns jetzt, Mann. Jetzt wird hier Action gemacht. Let's go. Let's do this. Was machst du da? Ey, wo sind die denn? Ich dachte, die werden... Oh, was ist das denn für einer hier? So, entführen die jetzt. Hände hoch. Opferfrau. Du Opferfrau. Hände hoch, Mann. Liebe dich. Wie? Ey. Du kannst... Liebst du die jetzt, oder was? Ja, geh weg. Oh, okay. Gut. Die gehört... Ey, guck mal, der Typ hier. Der hat ein Fahrzeug. Lass den mal hochkatapultieren. Steig mal schnell ein. Oh, hör mal auf, die Frau da zu bezirzen, Mann. Hat kaum drei Haare am Sack und denkt hier, ihr könnt alle Frauen klären. Alter. Ich hab cool. Ey. Okay, es gibt ein Problem. Der... Das Fahrzeug, der hat Waffen eingebaut. Ey, scheiße, Mann. Der will mich rammen. Oh, mein Gott, Alter. Ey, wir müssen uns den Typ jetzt schnappen. Diesen Dragon. Ich mach gerade Kinder. Du machst gerade Kinder? Ja. Du bist selbst noch ein Kind? Nein. Wie willst du denn Kinder machen? Kugel. Okay. Jetzt hör mal auf, die Frau da zu bekrapschen. Die Arme. Die Frau rennt weg. Die Frau rennt weg vor dir. Was hast du mit der gemacht? Die hat ja gar keine Lust mehr auf dich. Ey, ich bin tot. Ich fahr die einfach mal um, okay? Dass kein anderer die haben kann. Steig ein, Bruder. Oh, wir sind jetzt auf der Flucht. Ey. Okay, siehst du noch irgendwo, wo Spieler sind? Da vorne ist... Ja, da vorne ist einer. Wir müssen jetzt halt aber echt mal ein paar andere Spieler fertig machen, okay? Okay. Hier ist einer. Boah. Was macht der denn hier? In der Penne-Ecke chillt der hier. Hey. Alles gut? So, du machst jetzt deine Hände hoch. Steig von dem Motorrad ab. Ey. Ey. Pack den. Hab mich. Sehr gut, Mann. Ey. Die ziehen immer direkt die Waffen. Ah. Ich komme zu dir, Mann. Der bringt mich ab. Boah. Scheiße, Mann. Da steht... Hey, der Heck. Boah. Ey, nein. Ich werde angeschossen. Alter, ich kriege hier gerade von allen Seiten auf die Kasse, Mann. Boah. Lass mal ein Feuerwehrauto klauen, Mann. Okay. Ich sehe da vorne ein Feuerwehrauto. Das klaue ich mir. Du kommst mit und dann können wir andere Spieler nass spritzen. So. Er mit dem Auto. Haha. Ich habe ein Feuerwehrauto. Wow. Wow. Okay. Ich schaue hier mal ab, Alter. Ich schaue hier mal ab. Wie ist das hier? Zu viel Stress. Das sind echt einige andere Spieler, ne? Wow. Ey, wir können jetzt so geil pranken, die anderen Leute. Wenn wir die nass spritzen, dann fallen die die ganze Zeit auf den Boden. Ey, da schießt mich einer an. Hör mal. Schau. Mach den mal weg. Sonst zerstört er das Feuerwehrauto. Ey, der Penner. Ey. Zerstör den. Mach Haftbombe oder so. Mach mit Haftbombe. Ja. Okay, der hält nicht mehr viel aus, Mann. Komm, du schaffst das. Der darf nicht das Feuerwehrauto kaputt machen. Ich spritze ihn auch noch nass. Ich habe keine Budi. Nein. Er wird das Feuerwehrauto kaputt machen. Oh, so ein Penner. GTA, Kind, Mann. Wo bist du? Jetzt brennt mein... Oh, die Feuerwehr muss doch Brände löschen und mein Feuerwehrauto brennt jetzt. Oh. Geil. So, jetzt ist hier Ende im Gelände. So. Den Typ mache ich jetzt fertig. Ich habe auch keine Haftbombe mehr. Scheiße. Boah. Hier ist richtig Action. Oh, mein Gott. Alter, ihr eskaliert ja gerade richtig, Mann. Ich brauche auch mal mein Bike. Okay. Ja, ich habe auch mein Bike. Jetzt hauen wir ab. Wir ziehen die jetzt ab, Digga. Okay, let's go. Da ist euer. Ja, Mann. Hab ich. Ich habe ihr gekehlt. Aber ich bin tot. Oh, scheiße. Oh. Oh, mein Rat ist weg. Oh, nein. Egal. Ich bin auf dem Haus gelandet. Jetzt können wir die snipen von hier. Warte, ich komme zu dir. Ja, ich sehe. Und? Ciao. Was ist los, Mann? Wir haben jetzt die heftigste Sniper-Position hier. Alter, ey. Wenn du hier auf mein Dach kommst, da haben wir hier perfekten Überblick. Da bist du. Ja. Komm runter. Wir können mal richtig gut snipen, Mann. Ah, ich hab's nicht. Warum? Guck. Ah, ah. Nein. Nein, ich wurde gesnipet. Ey. Nein. Egal, ich komme wieder hoch. Ich bin tot. Yo. Danke für die Abholung. Ey, schau mal. Die machen hier die ganze Zeit voll Stress. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Lass sie mal abziehen, okay? Da vorne sehe ich einen rechts. Ja. Da rechts jetzt. Da rechts um die Ecke. Dann mach ich Drive-By-Shooting. Schieß den Pisser nieder. Da vorne. Vorsicht. Ja. Bam. Ich hab ihn gekillt. So, sehr gut. Das ist unser erstes Opfer. Jetzt wird hier aufgeräumt, Mann. Jetzt wird hier richtig aufgeräumt. Ja, Mann. Aber pass auf, da vorne, der hat das Bike. Geil. Ja, links, links, links. Genau. Okay, okay. Pass auf, pass auf. Wird jetzt hier gefährlich für uns. Oh. Ey, dieses Scheiß-Bike, ne? Wo ist hier? Irgendwo hinter uns. Fahr weg, fahr weg, Digga. Fahr weg. Der knallt uns gleich von oben ab. Ah. Aber warte mal, da vorne ist noch einer am Straßenrand. Dreh mal. Den holen wir uns noch. Mit dieser weißen Flagge da. Machen wir nochmal ein Drive-By-Shooting. Okay, er wurde gerade getötet. Egal, ey. Aber der Typ ist abgestiegen. Der Typ vom Motorrad ist gerade abgestiegen. Jetzt können wir uns den schnappen. Ohne Motorrad ist, kann der nix. Links, links, links. Hier auf dem Supermarktparkplatz. Da. Ach, der ist hier oben auf dem Dach. Der ist hier auf dem Dach. Ah. Pass auf, pass auf. Ich stehe hier unter. Ich stehe hier unter. Boah, ach du Scheiße, Mann. Ich habe kaum noch Waffen, ey. Kaum noch Munition. Ey. Ey, Mann. Ich stehe hier genau unter dem. Oh nein, wir kriegen Besuch. Wir kriegen Besuch. Oh, Passiv-Modus, du Opfer. Komm mal zu mir, Mann. Ich werde hier belagert von zwei Seiten. Nein, es ist vorbei. Wie, das ist vorbei? Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Ja. Oh, okay. Er wurde ausgeschalten. Ey, GTA-Kind. Ey. Komm mal her. Alpa Popo. Ey. Was ist? Schau mal. Das war heute echt ein cooler Tag mit dir. Aber das kann nicht so weitergehen. Alpa Popo. Hör doch auf mit dem Soundboard, Mann. So. Ja. Es gibt nur einen wahren King hier in GTA. Der kleine Strolch, der Lümmel. Oh. Oh. Tschüss. Haha. So, meine Freunde. Ich hoffe natürlich immer, euch hat das Video mit dem GTA-Kind gefallen. Wenn ihr es ist, lasst mal ein Like da, meine Freunde. Abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crimex. Alpa Popo. 18 Mal Werbung. 18 Mal Werbung. Alpa Popo. 20 Mal Werbung. 20 Mal Werbung. 20 Mal Werbung. 20 Mal Werbung.